hallo ich bin alexandra lux ich bin montessori pädagogin und lerncoach was macht ein lerncoach der hilft lernenden allen alters beim lernen naja lernen muss derjenige eben selber aber wie lerne ich wie motiviere ich mich wie teile ich mir meine zeit ein was sind so die hindernisse die mich die ganze zeit stören was mache ich wenn wie verhalte ich mich wie weiß ich wann ich genug gelernt habe so diese themen alle ich helfe also lernenden dir vielleicht oder eben der der zu mir kommt herauszufinden was für ihn das passende lernen ist weil das richtige lernen gibt es nämlich nicht es gibt nur dein individuelles lernen das zu dir passt und das finden wir gemeinsam raus ich gebe dir ein paar tipps und du suchst dir aus was für dich stimmig ist warum erzähle ich dir das weil ich dich gerne auf ein ganz tolles event aufmerksam machen möchte nämlich das jugend online event also für alle jugendlichen die sich jetzt so langsam mal um kümmern welchen beruf für dich mal ergreifen was möchte ich machen studieren ausbildung oder so soll nämlich zur berufs und studienorientierung dienen und das ist für dich für alle jugendlichen kostenfrei es ist online du kannst also von zu hause aus mitmachen du brauchst nicht mal großartig irgendwo hingehen du brauchst nichts spezielles es kostet nichts einfach anmelden den link werde ich dir gleich hier unten einblenden da kannst du dir das ganz genaue programm anschauen es gibt nämlich ganz ganz viele tolle sachen ich erzähle dir gleich ein bisschen was davon muss ich aber abschauen es gibt vorträge zwischen 11 und 16 uhr es gibt workshops wo du mitarbeiten kannst zwischen 16 und 18 uhr und abends bis 21 uhr gibt sogar noch ein world café wo du interaktiv mitgestalten kannst wenn du das möchtest das motto ist erkenne deine stärken denn die sind wichtig für deine zukunft und für deine berufswahl schließlich willst du ein leben lang das machen was dir spaß macht oder mein part dabei ist auch einer ich halte einen kurzen vortrag im podium 2 und zwar mit dem thema lernen leicht gemacht wie du deine lernhindernisse aus dem weg räumst ich habe dir gerade schon erklärt genau das ist mein thema wir werden in diesem part gemeinsam schauen was können so hindernisse sein was kannst du tun was kannst du tun um die aus dem weg zu räumen ja das kann niemand für dich machen weder ich noch irgendjemand anders du musst für dich identifizieren was stört dich beim lernen wie kommt es dazu dass es dich stört und dann entscheidest du hat es überhaupt die berechtigung dich zu stören und wenn nicht dann tust du was dagegen ich gebe dir ein paar impulse und wenn du möchtest dann kannst du auch schon mal vorab oder auch später gerne in meinem lernblog schauen www.hundertwelten.de kommt auch gleich der link hier unten da ist nämlich schon ziemlich viel beschrieben was du da tun kannst kannst du also noch mal nachlesen und du findest auch viele 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 andere themen rund ums lernen lerncoaching für dich zum selber machen und wenn du dich begleiten lassen möchtest dann darfst du dich natürlich auch persönlich an mich wenden entweder du kommst zu mir oder wir machen das per skype geht genauso zur info für dich dann auch einfach noch mal genaue daten wie du mich dich an mich wenden kannst und jetzt wünsche ich dir auf jeden fall ganz viel spaß am 8 oktober 2017 beim ersten jugend online event entdecke deine stärken habt viel spaß und viel erfolg mach's gut bis bald